hallo ich hab mal noch mal wort inspirationen kriegt hab ich tunizt ins blatt alphabet ein tunizt das tun das ich im worteingab kriegt habe so gut da ist ist spaß das ist so weil das gute das bewahrende ist das etwas in wahre in wert setzt umklammert dann als gut heißt und so ist das gute das was dann immer wieder gemacht werden muss weil es ja so gut ist das macht wenig spaß so immer wiederholend etwas macht es weil geglaubt wird dass es ja so sein muss gut ist da wo spaß wächst das wesen vom lebensleben ist spaß lebensliebesspaß sinnesspaß liebe das lieben das in sinnen weilen dahin spaßinformens sphäre schicken etwas in sphäre schicken macht was schick in sphäre macht dass etwas schickt ist in sphäre ich hab eben den film das glücksprinzip sieht echt ein toller film wo ein junger das teilprinzip als eine idee formuliert welche macht dass diese verschissene welt wandelt ich denke ja enden ich denke ja enden so heißt ja ebenso jesus ich bin bei uns bis es die welt endet also das lebensende das wo dann wo dann informationen alle haben welche jesus den menschen eingabt welche jesus hat und das sphäre sphäre ist dann umweltet unregiert eine unregierte unkontrollierte sphäre wo dann das äther unmagnetifiziert gedacht wird schicke sphären so sinne so sinne los sind so sinne locker sind es fährt mensch schön im sinnen sieht mensch weit im sinnen umbutetes sphärlichen da so bote noch da sind ist es also nötig in notlagen wo welten erstanden sind so dass boten sendet sind welche machen das welt ein ende hat das dann alles los ist mit in allen macht worte welche ich berg partei teilhaber das stimmt das wort man sieht im wort inspiration sendet habe an den bürger das bürger ein bisschen wach rüttelt ist denk anregt ist im verdachteten wahlkampf laber dumpfkuss da worte missbraucht sind nur und so ist eben so dass der wahlspruch der der partei wachstum als holzweg ein ebenso ein blöder spruch wachstum ist etwas natürliches warum denen mit schlechten assoziationen verrücken weil menschen wirr schaffen solches dann wachstum heißen jedoch so wesen im pluralisierten du den wir schaffen erschöpft schöpferkraft dann sind schöpfer erschöpfte schöpfer welche schaffen welche erschaffen schöpf schoen spaßfaktor weise spaßfaktor weisheit spaßfaktor weisheit fakt logischen Gleichnissen. Just a moment. Nun, ablest. Was just a moment inspiriert ist. Just a moment, moment justice. So alles los ist, passiert es leicht. So sind, was ich den Werkparteimünchen als Idee eingetragen muss. Machtlos in allem, sodass so ist, ist Vermächtnis entmächtigt, weil das Vermächtnis an Macht festhält, im ermächtigten Gange. Ermächtigungen machen ohnmächtig. Nämlich solche, welche von Ermächtigten bemachtet sind. Sodass solche dann solches machen, was Ermächtigte wollen. Als Gutwissen. Gut also das, was umknammert ist, kontrolliert ist, eingittert ist, eingattert. Kontrolliertes Wachsen von Erwachsenen. Gattungen passieren in Zuchtgefängnissen. Eher ein Zuchtgefängnis. Agrarkultivierte Wesen ein Zuchtgefängniskonstrukt. Heilt. Heilt. Heil Mensch. Heil Worte senden. Heil Worte senden. Heile Worte senden. Das Argument macht's. Argument macht's. Argument macht's. Wirrschaffende. 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 Erschöpfende Schöpferkraft. Noch eins. Hm. Weißen Moment. Okay. Bis dann. Schönes Eindenken. Schönes Einzügen. Schönes Leben. Schönes Leben. Schönes Leben. Schönes Leben. Schönes Leben im Losen. Schönes Liebeslos. Liebe los. Moin.